Drones Per Hour präsentiert die One-Click-Drone-App Baufortschritt neu gedacht. In einer nie dagewesenen Präzision und Qualität aus allen Perspektiven. Als führender Drohendienstleister in Deutschland haben wir eine App entwickelt, welche jedem ermöglicht, perfekte Aufnahmen zu realisieren. Mit nur einem Klick wird die voreingestellte Ellipse präzise abgeflogen. Sie erhalten ein Zeitraffer-Video mit einer sauberen Dokumentation des Baufortschritts. Überzeugen Sie sich selbst und testen Sie die App kostenlos. Untertitelung des ZDF für funk, 2017